hallo in diesem video lese ich den text auf dieser seite du findest noch mal unter dem video eine datei du kannst sie runterladen und mit mir gleichzeitig den text lesen ich fange jetzt damit an anna ismi ahmad anna mazri minal kaahera leken sakin del wakti fii bohn fii al manja huwaiti riyada wii il iraia ich lize das nuk mal abba bistin schnila anna ismi ahmad anna mazri minal kaahera leken sakin del wakti fii bohn fii al manja huwaiti riyada wii iraia ich hab aukia di wörter gesammelt name ismi heißt mein name anna ismi ahmad ich mein name ist der ahmad anna heißt ismi heißt mein name ahmad ist der ahmad und wir haben kein werbe sein sag ihr wort zu wort ist mein name ahmad anna ismi ahmad und wir nutzen nicht das werbe heißen wenn ich hier sage ich heiße ahmad zum beispiel ja wir nutzen einfach das wort ist mir ja in dem oder in der nächsten lektion lernst du die wörter mein dein und so weiter ja die possessiv pronome du kannst auch sagen ismi ahmad mein name ist der ahmad und ohne das personalpronomen anna ja einfach ismi ahmad du kannst einfach machen was du möchtest und wörter weder mit anna anna ismi ahmad oder ohne anna ismi ahmad anna masri ish ägypter kein verb sein min ilqra aus kairo das wort min heißt aus ilqahira kairo leken aber säkin wohne und ich nutze hier kein verb sein hier möchte ich sagen aber ich wohne aber ich sage hier aber wohne leken säkin del wahti jetzt viel bonn in bonn in bonn in deutschland in deutschland leken säkin del wahti viel bonn in allemannia huwaiti mein hobby huwaiti mein hobby huwaiti riyada mein hobby dashboard ja kein verb sein huwaiti riyada we und und eil ira ja ich liez das noch mal ismi mein naama anna ismi ahmad ish mein naama ahmad ismi ahmad mein naama ahmad Mصri Min Al-Qahira Lakin Sakin Dil-Wa-Ti Fi Bonn Al-Manya Hawaii Riada Oui Il-Ireya Vielen Dank und bis bald Ciao